Das ist ja ein besonderer Rosenkranz. Woher stammt der? Ach, dieser Rosenkranz, ja. Der stammt aus Medjugorje, Bosnien-Herzegowina. Das ist in der Nähe von Mosta. Ich glaube, Mosta kennen doch viele in Deutschland, die historische Brücke, die dort zerstört worden ist. Und unweit davon, also 30 Kilometer, ist ein großer Waldfahrtsort. Und da gingen die Erscheinungen fünf Seerkinder, denen ab 1981 die Mutter Gottes erschien. Und heute noch dreien dieser Seerkinder regelmäßig erscheinen. Jeden 25. des Monats kommt eine neue Botschaft und die wird über das Internet vertrieben. Aber nun zu dem Rosenkranz. Dieser Rosenkranz ist aus den Steinen gemacht, von dem Berg, auf dem die Mutter Gottes erschienen ist zum ersten Mal. Also von dem Erscheinungsberg.